Ja, Digga, das ist doch mal ganz geil hier, Leute. Jetzt muss ich dich wieder umbringen. Dem wenigstens runter. Junge, ich werde dich kaputt machen. Ich werde dich kaputt machen. Ihr wisst, was wir machen, Leute. Guckt mal. Seht ihr das, Leute? Oh, da ist der falsche Account. Falscher Account. Revi hier. Lol. Geht direkt sch***los. Junge, wo bin ich hier? Willkommen zurück. Alter, das hat wirklich jeder mitbekommen. So unangenehm. Wo bin ich hier? Im Zoo? Was ist das hier? Oh. Schauen wir mal, was es alles neu gibt. Wir haben hier neu. Einen Brunnen. Jetzt sagt mir bitte nicht, dass jemand schon... Nein, komm schon. Jetzt hat mir jemand ein Baupräg genommen. Bitte nicht, oder? Ah, okay. Nice. Den Kanal können wir also schon mal bauen. Sehr geil. Das heißt, der Brunnen ist schon mal da. Das ist schon mal ganz geil. So, wir gucken mal weiter, was sich noch so geändert hat. Der Turm. Heilige Mutter Maria Gottes. Arminer Zickzack-Cast Crafter. Digga. Alter. Digga, das ist aber geil. Alter Schwede. Der ist wild. Der ist sehr, sehr geil. Was hat sich hier noch getan? Das Torhaus ist noch nicht so weit designt. Sehe ich. Die Bäckerei ist fertig. I was a bug shop, powered by water. Geil. Sehr, sehr geil gemacht hier. Geil. Hier ist Teig drin. Mega. Sehr schön. Klims Flusshütte. Oh. Cozy. Cozy und gemütlich. Nice. Sehr schön. Schönes Tänster hier. Sehr geil, Klim. Alter, was sich hier alles geändert hat, ne? Digga, da ist man mal drei Tage nicht da. Boah, Digga. Wie krass ist das denn hier? Oha, Digga. Alter, wie detailed. Ist so ein Magier oder sowas, ne? Ein wildes Ding hier. Sehr, sehr geil. Ein Hexenhaus. Hexenhaus. Okay. Geil, Felix. Oh mein Gott. Wie geil. Wie geil. Ja, Digga. Das ist doch mal ganz geil hier, Leute. Sehr, sehr geil alles. Sehr, sehr geil. Hallo. Warum musst du mich einfach? Lukas. Ja, bitte. Ähm, was machst du hier? Also in Craft-Effect? Ich baue gerade ein bisschen mein Haus. Warum? Du hast ja gestern irgendwie verkündet, dass du dich, sag ich mal, bei mir bedient hast. Ne, habe ich nicht. Mein Brunnen ist kaputt. Ich habe da, als ob ich irgendwas kaputt mache. Wer war das? Ich weiß nicht. Hey, wie? Dein Brunnen ist kaputt. Warum ist dein Brunnen kaputt? Hier fehlen sehr viele Materialien in meinen Kisten. Digga, also ich war nicht an deinem Brunnen. Aber hier fehlen sehr viele Materialien in meinen Kisten. Hey, was soll ich denn geklaut haben? Hier sind über Löcher drin. Hast du Sachen geklaut? Nein. Digga, hier ist no joke. Alles leer. Willst du mich verarschen? Nein, habe ich nicht. Jetzt muss ich dich wieder umbringen. Das ist doch unnötig. Ich war es doch nicht. Jetzt muss ich dich wieder umbringen. Nein. Ey, nicht mich umbringen. Ne, Lukas, wirklich. Wieso machst du so? Ich war es nicht. Hä? Natürlich war es du das. Wir haben sogar gestern darüber geredet. Bin ich dumm? Habe ich Alzheimer? Ja, ich habe so ein, zwei Sachen geholt. Aber ansonsten war es das. Ich habe kaum was geholt. Denkst du, ich höre dich nicht? Ich bin bei dir. Kommen wir zu dir. Lukas, du bist nicht bei mir? Natürlich. Was machst du gerade? Hör auf. Hallo. Lukas, jetzt bleib mal stehen. Bleib mal stehen, Lukas. Warum? Warum musst du das nicht getritten werden? Weil ich dich gehört habe, wie du gebaut hast. Lukas, guck mal. Ja, was denn? Warum? Was denn? Warum klaust du? Ich habe nicht geklaut. Das wird man morgen sehen in meiner Folge. Ich bin ein ganz ordentlicher Kraftsackburger. Warum klaust du? Ich habe nichts gemacht. Okay, ich habe 16 Enderperlen geklaut. Aber hier, ich gebe sie dir offiziell wieder. Hey, dann gib mir die lieber. Aua. Ganz kurz, ich habe ja letztes Mal dieses Fliegding verloren. Kann ich das bitte wieder haben? Kauf dir doch, du Affe. Ich habe kein Geld. Da kann ich ja nichts für. Komm, bitte. Komm mal irgendwie, ein paar Sachen, please. Okay, komm mit, dann komm mit mir. Ja, komm mit mir. Ich kann nicht fliegen und gar nichts. Ja, spring hier runter ins Wasser, komm. Wenn du eier hast, spring hier runter. Komm mit. Ich gebe dir ein paar Sachen, aber dafür musst du etwas über dich ergehen lassen, okay? Und was? Komm mit, ich zeige es dir. Ja, warte, aber ich brauche gute Sachen, ne? Du kriegst ein paar Diamanten und sowas, ja? Ich brauche keine Dias. Ich brauche irgendwas krasse zum Abbau, eine krasse Pickaxe. Ich mache dir eine krasse Pickaxe zum Abbau, okay? Eine gute Schaufel. Ja, ja, mache ich dir. Ich brauche einen Elytra, oder wie das heißt. Ja, ja, kriegen wir alles hin. Komm mal lieber mit. Zieh mal deine Rüstung kurz aus, Lukas. Nein, ich kenne das. Junge, nerv mich nicht. Komm, ich brauche jetzt wirklich Zeit. Ja, ich kann das dir nur geben. Ich kann das dir nur geben, wenn du den einmal mit hast. Nein! Dann sterbe ich doch. Ja, aber du kriegst dafür voll viele Sachen. Was kriege ich? Okay, das verhandelt vorher. Okay, ich gebe dir eine... Ich sage es dir ganz ehrlich, ich habe schon ein bisschen was geklaut bei dir. Was hast du geklaut? Das wirst du morgen in meiner Folge sehen. Aber, warte, 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 warte. Trotz alledem hätte ich jetzt noch zu mir noch mehr von dir. Eine Netherite Rüstung und Elytra, bitte. Ich kann dir keine komplette Netherite Rüstung geben. Ich habe keine Scraps. Aber, was ich dir geben kann, ist eine voll enchantete Deer-Pick-Ax, ein vernünftiges Schaufel und sowas. Das kann ich dir machen, okay? Okay, okay, und eine Elytra. Elytra muss ich gucken, ob noch irgendeiner eine hat, ja. Dann klär das, bevor ich mich umbringe. Geh jetzt da hin, los. Ey, dann klär das, bevor ich mich umbringe. Okay, dann ist mein Angebot hiermit verfallen. Dann werde ich jetzt hier stehen bleiben, genauso. Aber warum soll ich mich für eine Deer... Ich werde hier genauso stehen bleiben. Ich habe vier Tode schon. Wie viel hast du? 16. Okay, komm. Was muss ich machen? Ja, warte mal, verliere ich auch mein ganzes Inventar? Nein, du kannst doch wieder einsammeln. So, stellst du dich hier hin und dann kriegst du nach vorne, dass dein Kopf da ist. So, und jetzt weiter... Stopp! Oh, zurück. Mann, bist du dumm! Hey! Bleib so liegen, okay. Na! Lukas! Eby, Digga, warte, warte. Na! Den wenigstens runter! Ah! 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 Du kriegst gar nichts von mir! Ey! Ich krieg was von dir! Ich krieg was von dir! Alter, sonst krieg ich Real Talk! Oh, 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 oh! Ich bin beim Honig-Grolem, wo muss ich hin? Ey, Real Talk, wenn du jetzt... Wenn du... Ja! Junge, ich werde dich kaputt machen! Ich werde dich kaputt machen! Komm mit hier rein! Warte mal, mein ganzer Loot! Mein ganzer Loot! Ich hab's mal vercheckt! Nee, so wirst du, Loser! Klar, bestimmt... Oh, Ehre! Ich geb gerade wieder so viel Geld für dich aus, Das ist so unfassbar, dass ich das mache! So, komm mal hier! Komm mal her! Guck, wie die Hacke heißt! Alter! Ich hab' mich verschrieben! Ich hab' gesposert! Halt's Maul! Ja, kann ich jetzt... Ja, warte! Ich mach jetzt noch deine Elytra! Wie machst du die Community, Lukas? Dann gib's dir komplett zur Rüstung! Junge, ich hab' mich gerade umbringen lassen! Dankeschön! Erweifer D für 10 gibt es Subs! Einmal gerne! An alle, die es jetzt bekommen haben! Gönn euch! Digga, wenn du jetzt nochmal sterben würdest, ich geb' dir gar nichts mehr! Alter, du kriegst nichts mehr von mir! So, hier! Hier ist dein Bett! Hier! Alter! So, Digga, und wenn du mir jetzt noch einmal auf den Nerv gehst mit irgendwas, ne? Nie wieder! Digga, ich schwör, wenn du jetzt verreckst, ich kann dir nicht helfen! No joke! Sehr, sehr geiler Geheimgang! Also nochmal, man geht, man rennt, man springt, man läuft! Jetzt müsste hier noch irgendwie ein kleines Tor oder sowas rein, irgendwas Geheimes, damit man hier nicht einfach durch kann! Dann kommt man hier rein, zack, und ist dann im Brunnen der Stadt! Megageil! Die ist halt so klein und die wird halt nicht auffallen, wisst ihr, was ich meine? Ich meine, die ist schon geil, so! Könnte das noch passen? Nee, ne? Also vom Ding her, vom Ding her, Leute! Wir freestylen! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! Als Hauptturm, ne? Ja, das könnte doch passen! Und hinten eine runde Basilika quasi, oder so eine Basilika in der Mitte könnte man auch machen! Oder, Chad, was sagt ihr? Guck mal, das als Grundform? Das sieht doch nach einer vernünftigen Grundform für eine schöne Church aus, oder? JoCraft! JoCraft, ich bin wieder zurück! Ja, Mann, Revi ist wieder da! Ey, Bro, ich baue hier gerade eine Kapelle, ich habe auch schon die Dings gebaut, ne? Den, äh, den Geheimgang mäßig! Ah, Revi! By the way, eine Kapelle, ich würde schrecklich gerne Orgel reinbauen, mit Musik und... Du kannst schön ordentlich achtarmig einen reinorgeln! Ach, sehr gerne! Warum ist mein Kopf hier generell? Was soll das? Hä, hier ist doch noch einer! Ich habe mir überlegt, ich bewege mich nur sofort in Craft Attack! Digger, was? Lass, lass mal was! Ich will hier nur kurz... Oh, oh! Oh! Digger! Jetzt bin ich hier umfest! Guck mal, du hast gerade gedacht! Ey! Nicht! Stopp! Unfair! Wenn du Tobi... Unschweig ist kaputt! Tobi! Gibi! Sterbe! Hör doch auf! Guck mal, warum macht ihr das? Wie er direkt übertreibt! Tobi, fair bist du... Tobi, 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 Tobi...